Was ist Gott, der Herr, ist barmherzig? Er verzeiht, er liebt es zu verzeihen, er mag es zu verzeihen. Und er mag es, wenn seine Geschöpfe ihm um Verzeihung bitten. Er wartet nur darauf, dass ein Geschöpf einen Fehler macht und auf diese Fehler er um Verzeihung bittet. Wir haben nur vergessen, um Verzeihung zu bitten, weil wir Menschen auch untereinander nicht um Verzeihung bitten können. Das haben wir auch verlernt. Wer von euch hat sich in der letzten Woche einmal sich entschuldigt bei irgendjemandem? Einfach so mal, wenn es auch was Kleines ist. Zwei Leute, drei Leute, vier Leute, fünf Leute. Aber wir haben das leider vergessen. Wir haben es verlernt, um Verzeihung zu bitten. Und es ist in deutscher Sprache auch ein bisschen schwierig, die sagen, es tut mir leid. Tut mir leid und entschuldigen sind zwei verschiedene Sachen. Die meisten Menschen sagen heutzutage, es tut mir leid. Leid tun und entschuldigen ist was anderes. Leid tut mir leid, heißt, mir tut es nur leid. Aber ich bitte nicht von dir um Entschuldigung. Ich sage nicht dir dann, verzeih mir. Er hat es mir vielleicht nicht verziehen, aber ich sage, es tut mir nur leid. Mehr nicht. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Deswegen, Entschuldigung oder verzeihe mir, das ist das Göttliche. Um Verzeihung zu bitten von jemandem. Weil ich habe ihm vielleicht weh getan. Ich habe vielleicht durch mein Verhalten ihn sauer gemacht. Was ist dann? Wenn ich sage, es tut mir leid, das ist nur meine Persönlichkeit. Aber wenn ich sage, ich entschuldige mich, verzeihe mir, dann bitte ich um Verzeihung von ihm. Und so ist es auch mit dem Herrn. Du musst dem Herrn um Verzeihung bitten, dass er dir verzeiht und dass er seine Barmherzigkeit zeigen kann. Und so ist es auch, wenn einer von uns um Verzeihung bittet, dann hat der Herr sozusagen uns die Gabe in dem Augenblick gegeben oder die Autorität gegeben, für ihn zu verzeihen. Dann bist du in dem Augenblick eigentlich der Vertreter des Herrn. Und du sollst zeigen, wie du Vertreter des Herrn sein kannst. Dann vergebe ihm. Aber wir, wenn jemand uns um Verzeihung bittet oder sich entschuldigt, wieso soll ich dich entschuldigen? Du hast doch das, 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 das gemacht. Und du bist so und so und so und so. Dann wird noch schlimmer, dieser Streit sogar. Der hat doch um Verzeihung gebeten. Vergib ihm einfach. Das ist das Gute in dem Menschen. Ansonsten bist du nicht gut. Bist du genauso wie der andere dann, wenn du nicht verzeihst. Deswegen, Verzeihung ist eine Gabe des Herrn. Jemanden zu verzeihen ist was Großes. Jemanden nicht zu verzeihen, nicht zu vergeben, ist was Kleines. Das tun kleine Menschen. Aber bist du Vertreter des Herrn, dann solltest du verzeihen wie der Herr. Dann solltest du den anderen zeigen, wie der Herr auch verzeihen könnte. Und deine Verzeihung ist neben der Verzeihung von dem Herrn nicht mal prozentual 0,001 vielleicht. Er ist viel barmherziger als wir. Dann können wir das Schaaf und das Schaaf Germany weiter 잡eln noch einmal prozent. Jemanden die da appreciative Denise wieder woanders erhält. Herr auch moza aus der Ste之前. Vielen Dank.